Die Sektion Swiss Repat ist die Ausreiseorganisation des Staatssekretariats für Migration. Wir unterstützen die Kantone und das Fürstertum Liechtenstein beim Vollzug von Aus- und Wegweisungen, sowie von Landesverwiesen auf dem Luftweg. Über 30 Personen sind bei der Sektion an dem Flughafen Zürich und Genf tätig. Wir arbeiten mit zahlreichen behördlichen Partnern und Leistungserbringern zusammen. In einem normalen Jahr haben wir durchschnittlich 6500 Ausreisen. Letztes Jahr 2020, mit der Pandemie, waren es knapp die Hälfte. Normalerweise ist hier ein Betrieb und hat viele Passagiere. Von hier aus sind die grosse Raumflüge, Übersee und alle Kontinente. Während der Pandemie sind die grossen Herausforderungen, die eingeschränkten Flugverbindungen. Gewisse Zielstaaten haben ihre Grenzen ganz dicht gemacht. Das hat uns vor Schwierigkeiten gestellt, das ist ganz klar. Und SEM hat dann aber relativ früh, schon während dem Lockdown im Frühling, versucht, mit Schattenflügen die Rückkehr für gewisse Personen doch möglich zu machen. Was mir besonders geblieben ist in diesem Pandemiejahr, ist während dem Lockdown der einen Monat, wo wir praktisch keine Ausreise hatten, hat es noch nie gegeben. So, wenn ich zurückdenke an den Vulkanausbruch zum Beispiel auf Island, oder Nine Leaven oder so, in diesem Ausmass hat es das noch nie gegeben.